Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Äthiopien und Prestigeon und der nächsten nachgesprochenen Folge oder den kommentierten Folge besser gesagt von mir. Also das ist jetzt die zweite Folge, die ich heute aufgenommen habe ohne Sound, wo ich nochmal kommentieren darf. Tja, blöd gelaufen ist halt so. Ab der nächsten Folge läuft wieder alles. Wie man sieht, sonst würdet ihr meine neue Stimme jetzt quasi auch nicht hören. Also wir sind hier dabei. Wir haben gerade die wichtige Nation, unsere vierte koptische Siedlung erobert, die wir noch gebraucht haben. Ich überprüfe, das wird die ganze Folge übrigens so gehen, immer wieder, ob ich irgendwie in den Krieg gegen Polen komme. Es ist nach wie vor der Wahnsinn, wie sehr Polen explodiert ist. Kann ich leider nicht anders sagen. Österreich und Frankreich weigern sich, also gerade Österreich weigert sich vehement in den Krieg reinzugehen. Mögen ich überprüfe später auch irgendwann mal die Meinung von Österreich zu Polen, die steht auf 180 oder irgendwie sowas. Also richtig heftig haben wir keine Chancen. Äh, bei Frankreich probiere ich immer mal wieder ein bisschen was, dass wir hier irgendwas machen können. Hier überprüfe ich die Meinung jetzt halt. Äh, Polen, Litauen, bla 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 bla. Wo sind sie? Da sind sie 180. Halt richtig übel. Wundert mich, dass die nicht in einem Bündnis sind. Bei Frankreich überprüfe ich auch. Leider haben die halt auch 87. Schaut nicht so gut aus für uns. Moskau will meistens Gebiet, später sogar ohne Gebiet. Ungarn kriegen wir auch immer rein in den Krieg. Aber leider ist halt auch immer Aragon und Dänemark mit dabei. Aragon ist eigentlich zu vernachlässigen. Die haben auch nur so 30.000, 40.000 Mann. Dänemark mit 70.000 Mann dafür ist relativ groß. Ja, ich entscheide mich dann hier jetzt doch noch die nächste Armee zu bauen, dass wir wieder am Limit sind. Hier überprüfe ich nochmal, wie ist meine Truppenaufstellung gerade. 1826. Eine schnelle Vorlage, ähm, wird gebaut und dann einmal zack. Bauen. Fertig. Damit sind wir noch stärker von den Truppen her, so wie sich das gehört. Ich baue noch ganz schnell einen Truppenübungsplatz, ähm, damit wir das Trupplimit auch nicht überschreiten, weil da geht es ja mal richtig ins Geld rein. Also bei den Schiffen ist es nicht so schlimm, wenn man es überschreitet. Bei den, ähm, Fußtruppen ist es leider orend. Ich überprüfe da in dem Moment, ob wir vielleicht noch, ähm, irgendjemand mit Moral oder Disziplin bekommen können, dass man das mal ein bisschen beobachtet. Habe ich glaube ich dann aber im Laufe der Folge komplett vergessen. Ähm, wobei wir das sowieso erst im Kriegsfall gegen Polen wirklich bräuchten. So, nächster Trupp ist fertig. Ja, die Events halt. Hier Moskau da hinten im Krieg gegen Imaretien und Gassikumu. Gassikumu, glaube ich, heißt es. Keine Ahnung. Frage mich, hier hat der Moskauer relativ viele Truppen. Man wird später, wenn ich mich mit Moskau beschäftige, sehen, dass Moskau tatsächlich eigentlich relativ schwach ist zu meinem Leidwesen. Ja, man sieht es an den Truppenzahlen. Hier hätte ich dann vielleicht schon Krieg erklären sollen. Hier wären wir immerhin um, ja, rund 50.000 Truppen, 40.000 Truppen überlegen gewesen. Ja, irgendwie sowas. Ähm, wäre vielleicht noch die beste Chance gewesen. Allerdings ist halt Moskau auch im Krieg. Und der Kriegsverlauf ist halt, oder die, von der, von der, von der Kriegskarte her, von den Fronten her, schaut's halt nicht so gut aus für mich. Ähm, klar. Ähm, Polen wird von zwei Seiten bedroht. Moskau und uns. Allerdings haben die ja auch noch Dänemark. Und Dänemark hat, oder ist auch, ähm, Herr von Schweden. Hier beschäftige ich mich gerade mit dem Konvertieren. Ähm, ist auch der Herr von Schweden. Das heißt, Schweden und Dänemark bedroht halt auch Moskau. Wenn Moskau sich Schweden und Dänemark schon nicht erwehren kann, ne, kann, brauche ich gar nicht hoffen, dass die auch gegen, gegen, gegen Polen ziehen. Das ist ein, also eine sehr, sehr dämliche Situation, finde ich, für mich. Ja, da kommen jetzt die ersten Rebellen, äh, noch raus. Weil wir ja neue Gebiete erobert haben. Hier nehmen wir mal schnell den König, den lassen wir gegen die Rebellen marschieren. Alles so der typische Kriegsverlauf halt. Nächste Kolonie ist fertig. Die klicke ich anscheinend einfach nur weg. Ja, mir ist irgendwann im Spiel mal aufgefallen, oh, ich hab hier eine Kolonie nicht ernannt. Und, ich glaub, das war jetzt genau der Punkt. Hier holen wir noch ein bisschen Staatsgebiet. Antiocha immer noch 1111 Monate, deswegen, äh, 1111 Monate, deswegen kommen erstmal die anderen Sachen ran. Da hol ich mir dann, glaub ich, noch die Beziehungen verbessern. Wir sind eh relativ weit vorne ran. Ähm, und ich will die Diplorep haben, die Plus 2. Darauf geh ich jetzt quasi noch schnell. Oder was heißt schnell? Dauert ja auch alles ein bisschen. Aber gut. So. Hier werden die Rebellen geschnetzelt. Neues Kerngebiet auch genannt. Und jetzt kommt Antiocha dran. Ja, mein Kolonist ist immer noch nicht besetzt, also irgendwann merke ich das mal. Truppen stehen bereit, dass ich so schnell wie möglich quasi in den Krieg gehen könnte. Hier merke ich dann, aha, Moskau hat jetzt leider eine Nachfolge. Es sind nicht wir. Es wär natürlich cool gewesen, wenn da einer von unserer, von unserem Geschlecht zumindest schon mal auf dem Drohnen sitzt. Da schau ich auch nochmal, wir sitzen nach wie vor nirgendwo auf dem Drohnen. Wär auch, äh, komisch. Aber manchmal übersieht man sowas ja auch einfach, dass sowas passiert, deswegen. Ja, da überprüfe ich mal wieder. Da macht sogar Thüringen mit inzwischen, aber ganz ehrlich, wen interessiert Thüringen? Ich überprüfe mal wieder Frankreich. Ich überprüfe gleich wieder Österreich wahrscheinlich. Ähm, aber bei Österreich wird's wirklich keinen Weg geben. Bei Frankreich muss man mal schauen. Äh, bei mir wird's ja auch schon lang, wenn sich Frankreich vielleicht auf Dänemark oder Aragon so stürzen würde. Das wär dann eventuell schon ein Bündnispartner, der raus ist. Das hab ich schon gesagt im Spiel, na, das wird jetzt nix bringen, was ich mach. Trotzdem probier ich das einfach mal, setze zehn Gefallen ein und rufe quasi Frankreich in die Kriegsvorbereitung. In der Hoffnung, dass das, dass ich vielleicht irgendeine, eine, eine, eine Art des Spiels nicht ganz kapiere. Weil unten steht ja schon 20 Gründe darauf, euren Krieg beizutreten. Heißt für mich plus 20 Punkte. Ähm, sie waren davor mit 60 Punkte gegen am Krieg. Es war ein reiner Versuch, weil ich dachte, irgendwas probiere ich jetzt einfach mal. Wie man sieht, hat's nicht geklappt. In Frankreich steht jetzt 60 zu 40 dagegen. Also, es war ein reiner Versuch. Ehrlich gesagt, hab ich mit so einer Funktion nur, ich glaub, ich hab zum ersten Mal auf diesen Knopf gedrückt, dass ich, ähm, eine andere Nation vorbereiten soll auf meinen Krieg. Es war ein reiner Versuch. Naja, hat halt nicht geklappt. Dann probieren wir auch mal, schauen wir kurz wegen Allianz auflösen. Funktioniert natürlich auch nicht, ist logisch. Hm, jetzt fällt mir grad ein, wenn ich, ähm, sage, Allianz auflösen. Die lehnen das ab. Kriege ich dann einen Kriegsgrund? Blöd, wenn ihr die Folge gesehen habt, wärt's eh wahrscheinlich schon ausprobiert haben. Ähm, fällt mir jetzt grad ein, ich überlege, das sieht man auch in der späteren Folge noch, ob ich irgendwie in den Krieg gegen Aragorn reinkomme, aber wenn ich denn so einen Allianz-Kriegsgrund, also irgendeinen Kriegsgrund, wenn's da geben würde, dann hätte ich eine Möglichkeit. Ja. Ah, hoffentlich kann ich mir das merken. Schauen wir mal. Ja, mal wieder, immer wieder, immer wieder Frankreich, immer wieder Frankreich. Ich überprüfe und tue. Hier kriegen wir eine Kirche in Kikuyu geschenkt. Vertrauen aufbauen, brauche ich nicht. So viel gefallen habe ich dann sowieso nicht. Irgendwann wäre das weg. Also dann heißt es wieder, sie schulden uns nichts, den Gefallen. Hier überprüfe ich nochmal, kriege ich mal Südafrika? Nein, kriege ich natürlich nicht. Kolonialnation. Ja, man sieht's hier schon. Polen-Litown ist absolut riesig. Ist, glaub ich, das erste Spiel, wo ich so ein großes Polen-Litown sehe. Bin ich selber sehr überrascht. Normalerweise, also Polen-Litown ist ja immer eine relativ starke Nation. Ich hab sie, glaub ich, auch noch nie so wirklich untergehend sehen, außer ich hab sie halt vernichtet. Hier überprüfe ich dann genau Krieg Aragon. Hier würde leider auch Ungarn mitmachen, aber eben auch Polen-Litown. Deswegen überprüfe ich immer mal wieder. Stimmt, Aragon war mit Ungarn verbündet, was ja blöd für mich ist. Ja, muss ich mich trotzdem mal näher damit beschäftigen. Also, ich glaube, ich habe von selbst Polen-Litown noch nie untergehend sehen. Allerdings ist in den meisten Spielen von mir Polen-Litown einfach nur stabil. Also die explodieren halt nicht, aber sie gehen halt auch nicht unter. Hier überprüfe ich nochmal, ob wir auch wirklich überlegen sind, wären wir, beziehungsweise Disziplin ist halt höher von den Polen. Also ist alles relativ ausgeglichen zwischen uns und Polen. Zum 28. Mal schaue ich mir die ganzen Bündnisse an. Hier sehe ich dann auch noch Schweden, Junior-Partner logischerweise. Rebellen kommen nochmal irgendwo dann raus. Interessiert mich aber relativ wenig. Ich müsste mich mal im Reich genauer umsehen. Ich sehe gerade Bayern hier relativ groß auch. Interessant, interessant. Ja, es ist halt sehr schade, dass auch Österreich null Interesse an Polen hat. Oder eher freundliches Interesse an Polen hat. Bringt mir halt wirklich gar nichts. Hier zum nächsten Mal überprüfen. Hier, glaube ich, fällt mir zum ersten Mal auf, oh, irgendwie haben die Truppen ganz schön abgenommen. Jetzt hier sind wir schon, eigentlich schon im Nachteil, glaube ich sogar, weil 20.000 weniger Pferde, 30.000 weniger Kanonen. Na gut, dafür haben wir rund 30.000 mehr Fußtruppen. Aber irgendwas. Hier zieht genau Frankreich die Truppen zusammen. Da dachte ich, sie gehen auf Savoyen. Haben sie übrigens dann nicht gemacht. So, jetzt fällt mir auch auf, äh, auch auf. Äh, noch ein Kolonist. Ups. Beide Kolonisten wieder einberufen. Und da fällt mir jetzt auch zum ersten Mal auf, okay, die Karte hat sich in Afrika, ähm, aufgedeckt. Äh, man sieht schon rechts auf der, auf der Minimap, auch Ming ist schon entdeckt. Habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Sehe ich aber dann auch, glaube ich, bald. Alles noch gar nicht aufgefallen, dass jetzt die Karte hier so aufgedeckt wurde. Wir holen uns noch einen General. Ähm, überlegt gerade wenig. Alles drillen lasst. Da fällt mir auf, fehlt einer. Das ist der, der hier unten steht. Ähm, checken wir mal schnell zum Drillen. Hebe ich aber genau direkt wieder auf. Kümmern wir uns erstmal um die Unruhen. Das Rädchen kriegt Wissensaustausch von Moskau. Wann bin ich vorher noch zusammen im Krieg? Frankreich ist katholisch und wird es immer bleiben. Dachte ich mir auch gleich, oh, da muss ich nochmal gucken. Bewirkt das irgendwas? Leider nicht. Leider nicht. Wenn man jetzt mal unten auf die Truppen aufgepasst hätte, da hätte man schon sehen können, fast alle Truppen sind nur von mir. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Punkt ist, ähm, wo ich mir mal die Moskauer Truppen genauer anschaue, womit dann der Punkt ist, wo es mir eigentlich auffällt, dass Moskau eigentlich gar nicht so gut dasteht. Man sieht's immer wieder klickig rein und in der Hoffnung, dass irgendwas passiert, aber keine Chancen. Ja, Frankreich und Polen und Litauen, die müssten sich, ähm, äh, rivalisieren. Das wäre perfekt. Aber glaube ich irgendwie nicht, dass es passieren wird. Ich schau mal kurz, was für einen Krieg hat Portugal. Leider die Falschen. Ja, die Großmächte sind alle relativ ruhig. Neapel geht in kein, ähm, Aragut geht in keinen Krieg. Dänemark geht in keinen Krieg. Bisschen anstrengend. Aber ich meine, wir haben ja auch noch rund 200 Jahre, deswegen ein bisschen mehr, 230 Jahre oder so. Um das Achievement zu erfüllen, es wird schon noch irgendwo eine Möglichkeit geben. Hier beschäftige ich mich dann wieder mit anderen Sachen. Da fällt mir gerade auf, oh, Karakundu, ich habe ja gar keinen Kriegsgrund mehr. Hier hole ich mir die Diplorep. Ähm, ich merke langsam, Polen und Litauen schaut schlecht aus. Jetzt habe ich keinen Diplomaten mehr. Entdeckte Spionagenetzwerk wird aufgelöst. Da ein bisschen Militärmacht, wird einfach mal wild verteilt. Ich weiß, könnte man mit mehr Sinn verteilen, ist mir durchaus klar. Aber, ähm, ich sage mal, alles, was Grünes hilft, deswegen. Das sind so Sachen. Klar, ein guter Spieler geht mehr ins Detail. Ich halte mich aber auch nicht für überragend gut, deswegen passt es schon. Ich glaube, es ist ganz okay, wie ich spiele, aber, ähm, ja. So, der König war gestorben. Wir haben einen neuen König bekommen, wieder mit 8 oder 9 Punkten. Also absolut ein okayer König. Neue Startsehen abgeschlossen. Nächste Unruhe niedergeschlagen. Wir schauen mal, sehen wir es nochmal. 3, 2, 4 sind 7, 9 Punkte. Also absolut okay wieder unser Nachfolger. Deswegen haben wir unseren König auch direkt wieder zum General gemacht. Ähm, einfach nur, um den General mehr zu haben und zu trainieren. Ich überprüfe zum hundertsten Mal Polen und Litauen. Ändert nichts an der ganzen Tatsache und jetzt glaube ich, äh, ah, hier haben wir jetzt, okay, Antioch, äh, Regulation, Regutenreserve. 4 von 5 haben wir. Jerewan brauchen wir noch. Jetzt beschäftige ich mich hier wieder mit, ähm, Karakunlu so langsam. Auf den Kriegsgrund warten wir noch. Wir schauen uns ein bisschen rum. Ich finde es auch komisch, dass Polen und Litauen so eng mit Dänemark ist, weil eigentlich haben die ja auch, ich sage mal, Ansprüche gegeneinander. Und ich habe immer noch nicht entdeckt, dass Moskau schwach ist übrigens. Da sieht man jetzt positiv 24 wegen meiner diplomatischen Reputation. Ja, schön, ist aber immer noch zu wenig. Hier nehme ich, glaube ich, die Kohle bei Adal mich auch nicht besonders interessiert. Denke mir noch, oh, das könnten wir eigentlich auch mal vergrößern. Wir haben ja da unten noch Gebiete, die wir zurückerobern könnten für Adal. Ja, da ist der Frieden, wobei, wie gesagt, mein Vassal, hier könnte man noch ein paar Truppen ausheben, sehe ich gerade. Festungen sind alle deaktiviert. So, jetzt beschäftige ich mich mit Karakunlu. Merkt dann, oha. Ja, globaler Handel ist da, schaue ich mir auch gleich noch an. Sehe dann, dass es zwar in New York ausgebrochen ist, aber sich überall automatisch verbreitet. Äthiopien überall, wir sind mittendrin im globalen Handel. Deswegen, no problemo. Brauchen wir uns keine weiteren Gedanken machen. So, dann Karakunlu. Krieg erklären und sehen gerade, oh, Mogulreich. Uiuiuiuiui. Da gehe ich dann ebenfalls auf Moskau. Ich glaube, jetzt ist die Stelle, wo ich entdecke, dass Moskau eigentlich ganz schön schwach ist. Ja. Jetzt klicke ich auf die Truppen und denke mir, Momentamoi. Das sind ja gerade mal 50.000 Fußtruppen. Wo ist denn da der Rest? Ja. Und da sehen wir Moskau, 109 könnten sie haben. Sie haben gerade mal 53.000. Nur 17.000 Rekruten-Reserve und 16 Söldner. Und, ähm, Mogulreich 176.000 Söldaten. Mogulreich, Wahnsinn. Finde ich, sieht man relativ selten, habe ich zumindest das Gefühl. Oder mir fällt es oft nicht auf, weil ich nicht in der Gegend spiele. Das kann natürlich auch sein. Ich habe, glaube ich, noch nie den Krieg gegen Mogulreich geführt. So, und jetzt überlege ich so ein bisschen, wie kriege ich vielleicht, äh, auch Karakunde in Krieg ohne das Mogulreich. Jetzt bin ich halt da so ein bisschen am Rumüberlegen. Ja. Wären wir schon. Also da steht inzwischen im Plan, wie ich das schaffe. Da müssen wir nur ein bisschen auch die Zeit vergehen lassen. Polen, Litauen, 127.000 Truppen, aber volle Rekruten-Reserve. Tja. Zum 38. Mal wird überprüft. Es ändert nichts an der Tatsache, gegen Polen, Litauen komme ich so nicht in den Krieg. Auch Moskau muss zumindest, wenn ich es ohne Frankreich probieren sollte, muss Moskau zumindest mit Truppen dastehen. Ich verstehe auch nicht, warum die Russland nicht gegründet haben. Äh, ich weiß aus dem Kopf raus nicht, welche Städte die genau brauchen, um, 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 um Russland zu gründen. Kann durchaus sein, dass da irgendwas in der Hand von Polen Litauen ist. Ja, Universität, wieder ein Stabimär. Wir sehen die Karte, ich schaue mal kurz so ein bisschen hin, was ist da so los. Überleg, ob wir da hinten irgendwo Krieg erklären. Denkt mir, warum macht für mich eigentlich, ja, relativ wenig Sinn. Ich bin halt, da meine ich immer, immer so fixiert auf, wie komme ich an mein Ziel. Wie komme ich an mein Ziel. Meine Truppen stehen alle sinnlos rum. Eigentlich hätte man in der Zwischenzeit da oben mal kurz jemanden über den Haufen rennen können. Das wäre jetzt halt auch nicht so das Problem eigentlich. Nein, stattdessen lasse ich meine Truppen lieber sinnlos rumstehen. Gut, ich kriege auf der anderen Seite auch keine aggressive Expansion. Aber ob ich da unten irgendwelche Eingeborenen vernichte, interessiert wahrscheinlich niemanden. Hier hole ich mir mal kurz Kultur. Irakisch wollte ich mir dann auch noch holen. Glaube ich, tue ich das dann noch? Ja, anscheinend, ja. Erste Weltumsegelung. Irgendwo fehlt dann wieder ein General. Lass kräftig trainieren. Etwas, was ich in dem Spiel viel zu oft vernachlässige. Gut trainierte Gruppen bringen einiges. Auch der General kann ja auch Aufwertungen bekommen. Deswegen viel zu oft vergesse ich das. So, jetzt schaue ich mal Venedig. Wenn ich jetzt schon nicht in die anderen Kriege komme, erholen wir mal ein Spionagenetzwerk gegen Venedig. Da könnte man ja auch was machen. Hätten ja auch ein bisschen was zum Erobern. Machen wieder Erzünder Nation rein, was ich irgendwann vorhin mal raus hatte. Ja. So, und jetzt komme ich auf Dulcadir wieder. Sehe nämlich jetzt am Dulcadir. Da. Unabhängigkeit garantiert von Karakundu. So, Moment amoi. Kann natürlich gegen Karakundu keinen, äh, gegen Dulcadir keinen Krieg erheben. Habe ich jetzt auch noch, gerade eben noch gar nicht gecheckt, weil, ähm, ich ja Handel übertragen habe. Und das lösen die von selbst wahrscheinlich auch nicht auf, weil sie Angst vor mir haben. Muss ich also auflösen. Und das ist gerade der, der Friedensvertrag, der da auch noch läuft. Also wir haben ja so oder so einen Frieden mit Dulcadir, aber ich glaube, ähm, ich löse dann später auf jeden Fall den, den, die Handelsvereinbarung natürlich auf, wenn Klass-Dulcadir quasi aus meiner Knechtschaft. Ähm, aber den, auf den Friedensvertrag erwarten wir gerade im Endeffekt. Bald der ausläuft, kriegen wir so Karakundu in, in Krieg. Nächster General muss ersetzt werden. Schon wieder Admin macht diesmal Steuern. Ich weiß, kann man besser lösen. Ich klicke halt in erster Linie mal einfach, wie gesagt, alles, was so grün ist, durch. Nur bei Produktion schaue ich mir ein bisschen, was wir jetzt genau erhöhen, so wegen Gold, Edelsteine, sonstiges. Ähm, ansonsten ist mir das tatsächlich relativ egal, weil jeder Punkt, also, auch wenn vielleicht andere YouTuber was anderes sagen, ich sage euch da, kein Punkt ist irgendwie verschwendet. Man kann ihn sicher besser setzen, den Punkt. Aber selbst wenn ihr in Rot reinsetzen würdet, das ist niemals verschwendet. Das ist der eigentliche Punkt. Wie gesagt, man kann alles besser setzen, aber verschwendet ist es niemals. Egal, in was ihr reinsetzt. Hier überprüfe ich wieder Moskau. Hat sich so gut wie gar nichts getan. Also das ist halt echt ein Problem. Dann sehe ich hier Mogulreich, verbindet mit Gugge, garantiert die Unabhängigkeit. Da wollte ich, na, schaue ich dann später, glaube ich, auch mal kurz rein, was passieren würde, wenn ich einfach Mogulreichen Krieg erkläre. Und da entdecke ich dann auch, Moment, da muss ich Karte. Juhu. Man sieht die Ming übrigens, haben die Mongolen als Vassal. Man sieht Chagatai, wahnsinnig groß. Usbekistan, wahnsinnig groß. Aber die haben halt alle auch kein Problem mit Moskau, weil es kein Russland gibt. Moskau würde sich ja, oder Russland würde sich ja da hinten jetzt halt ausbreiten. Kriege erklären, sonstiges. Passiert alles nicht. Überprüfe ich dann später auch nochmal, weil jetzt frage ich mich tatsächlich im Spiel, was da los ist. So. Neue Staatsehe. Aber eine Nachfolge haben sie trotzdem. Dann merke ich jetzt, oh, Dulcadir, Mist, da ist ja noch die Handelsübertragung. Ganz vergessen, wird jetzt aufgelöst. Zack. Und jetzt haben wir noch fünf Jahre Waffenstillstand. Ja. Februar 1607, jetzt ist es August 1602. Und ich glaube, über Dulcadir werden wir dann auf jeden Fall den Krieg erklären. Wir überprüfen das schon mal. Armenien, Antia, Karakunlu. Schöne Geschichte. Deswegen gucken wir dann mal. Mamelucke hat jetzt hier ein bisschen Krieg erklärt, aber das ist mehr eine Farce. Ja, dann mal wieder der Blick zu Polen. Schaut nach wie vor nicht so gut aus für uns. Frankreich und Österreich wollen einfach nicht egal, was man tut. Staatsehe mit Österreich ist auch wieder am Start. sind schon verzweifelte Blicke in die Kriegserklärung. Ich möchte doch nur kämpfen. Aber es will niemand mit mir kämpfen. Gucke ich mir hier mal kurz den Krieg an. Naja. Dafür ist der Mamelucke dann stark genug. Auf die Kleinen kann er sich stürzen, auf die Großen wie mich halt nicht. Ja. Dann gibt es eine neue Kolonie. Ja, unser schönes Äthiopien. Mamelucke wäre jetzt auch wieder möglich direkt in den Krieg zu steigen. Momentan haben sie keine Verbündeten. Zumindest keine Nennenswerten, weil Polniton ist ja weg. Wir könnten jetzt Mamelucke auch direkt den Krieg erklären, ohne Umwege. Dann könnte man sich auch mal mehr nehmen. So, überlege ich hier ein bisschen mit Venedig. Habe ich dann allerdings nicht gemacht. Schauen wir mal kurz auf die Uhrzeit. Noch vier Minuten. Ja, man sieht eine sehr ruhige Folge. Ich wäre gerne, ich habe sie anmoderiert, hatte ich die Folge mit heute geht es bestimmt gegen Polen. Nein. Nein. Mal wieder der entsetzte Blick auf Moskau. Da sind mal 1.000 Truppen dazugekommen. Die Rekrutenreserve sind um 2.000 Truppen nach oben. Aber dafür, dass sie halt 111.000 Truppen haben können. Jeder kennt glaube ich Moskau und Russland. Die sind normalerweise ganz anders am Explodieren. Also das ist auch eins der verrücktesten Spiele oder eins der anders laufendsten Spiele, die ich je hatte. Dass der Mamelucke am Anfang so stark ist, dass Polniton so explodiert, Moskau so schwach ist. Mogulreich, wie gesagt, keine Berührungen bisher. Auch Spanien nicht gegründet bisher. Also noch nicht mal, dass eine PU besteht zwischen Argon und Kastilien. Ganz ein seltsames Spiel für mich. Hätte ich so nicht erwartet. Fällt mir auch relativ schwer. Hier gehe ich jetzt tatsächlich direkt in die Militärmacht, auch wenn es relativ teuer ist. Aber wir sind die Ersten. Ich nehme quasi die Innovation einfach mit. Manchmal mache ich sowas einfach, wenn ich eh zu viele Punkte habe und so. Wie gesagt, könnte man alles bestimmt effektiver spielen, aber ich bin ein reiner Gefühlsspieler, deswegen ist es halt so. Ich überprüfe hier auch mal, die Ersten Nationen haben schon Gebiete, da ist der globale Handel, also haben sie noch nicht gefördert, aber es ist halt der globale Handel ist durch. Hier sehe ich das gerade nochmal beim Zumachen in Schweden oben, ein bisschen in England, in Kastilien, bei Polnithaun habe ich es auch gerade gesehen. Manche sind halt schon durch. Hier Anzia, also der Mamelucke führt gerade Gutkrieg. Ja. Aber im Endeffekt war es das dann auch mit der Folge, jetzt ist es hier gleich Stopp. Also jetzt seid ihr wieder auf dem gleichen Punkt wie ich. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch jetzt hier meinen Monolog zu hören. Wie gesagt, ab den nächsten Aufnahmen funktioniert es wieder und ich hoffe, jetzt passiert mir mal kein Aufnahmefehler mehr. Das hatte ich ja schon die Kamera vor kurzem drin, das waren jetzt mehr Fehler, als ich in den letzten sieben Monaten zusammen geschafft habe, einzubringen. Ja. Deswegen hoffe ich, wie gesagt, die nächsten Folgen wieder normaler. Ich hoffe jetzt mal, wir kommen auch hier ein bisschen weiter. Ihr könnt mir trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn an meiner Stelle machen würdet. Wie gesagt, ich bin immer so ein fixierter Mensch, ich gucke immer, wie kriege ich jetzt mit aller Macht den Krieg gegen Hulnetown. Soll ich mich mal ein bisschen noch in den Süden reinfressen, so ein paar Sinnloskriege oder so ein paar einfach nur Ausbreitungskriege in Afrika? was würdet ihr was würdet ihr so eben an meiner Stelle machen? Wie gesagt, Karakunlo ist in greifbarer Nähe, dass wir zumindest mal die fünfte Provinz von den Kopten bekommen, dass wir Jerewan erobern. Venedig wäre möglich, könnte man auch machen. Ich weiß leider nicht, was ich mit den venedischen Provinzen machen soll, was ich im Reich soll, da fehlt mir ein bisschen der Sinn und Aragun könnte man sich dann eben noch anschauen mit einem Kriegsgrund, wie das ist, wenn ich versuche die Allianz aufzulösen. Mal gucken. Ja. Ich glaube, das war es jetzt an der Stelle. Ja, hier probiere ich nochmal so, wie gesagt, Kriegsgrund komme ich nicht rin, Kolonial, Kriegsgrund habe ich logischerweise auch nicht, habe ich nur gegen die Mameluken, ich weiß gar nicht, warum, wahrscheinlich wegen meiner europäischen Provinz hatte ich ja vorher schon, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, ich sehe gerade hier, der Mameluke wird übrigens besetzt, so und jetzt ist die Folge aus. Okay, Leute, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen, bis zur nächsten normalen Folge. Servus.